Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Scribble.io, zusammen mit Rassron und Waldo. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ab der zweiten Runde ging es schon einen Berg runter. Ach man, ach man, ach man. Noch eine hinterher? Oh, mehr aus. Eine geht noch. Oh Mann. Jetzt kommt eh wieder, Dr. Lita. Diesmal sogar nicht. Nö, ich auch. Ja, wohl doch. Ja. Schön die Kindergartensonne. Ich mach's dir anders auf. Hm, du weißt schon, dass ich das zensieren muss. Ist mir egal. Hörst du an? Ja, versteh's nicht. Das ist ein Busch. Ach so, wow. Bei dem Bild hätte ich dir auch wirklich nicht helfen können, das zu erklären. Das hat, glaube ich, jeder kapiert, ja. Das hat, glaube ich, jeder kapiert. Ach so. Du warst schon in der richtigen Richtung. Ja. Und entfernt's dich jetzt. Mr. Krabs auf Deutsch. Herr Krabbe. Das hat er im Kopf. Okay, das war mal Krabbe. Ach, Krebs. Krabs heißt nicht Krabbe. Ach so. Ich könnte etwas zeichnen, da bezweifle ich aber, ob ihr es erkennen könntet. Ich mach's einfach mal. Das ist eigentlich schon der Begriff. Was? Alles, was er jetzt mal ist, ist nur Zusatz. Das ist dieses Sportding. Das Teil, was man da anhanden bietet. Nein, 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 nein. Also, Sport, Mord ist Sport, ja, kann man so sehen, aber... Ach so. Nee. Nicht von Hitman. Nicht Seide. Seide. Nein. Aber wo habe ich jetzt noch den Fehler? Tja... Bei dem D... Nein, ich hab mit T geschrieben. Kannst du mal vielleicht Seite nicht wie eine Seite im Buch schreiben, sondern wie die Musikseite wird? Das weiß ich. Keine Ahnung. Die wird nicht mit E geschrieben. Klavier Side? Nein, Seite ist richtig. Nur Seite wird mit A geschrieben. Nein. Nein. Nein, du schaust was. Sie sind ja eh. Okay. Okay. So, wie sehen wir hier? Schön auf Ding. Ja, alles gut. Es ist ein Berg. Glaubst du? Du musst uns nicht die Magenschleimhaut von innen zeigen. Das soll dir sein. Ja. Das arme Pferd tötet es. Alter, Walter, was willst du uns da zeichnen? Es ist nämlich schon aus einer Kuh, um ein Pferd. Ach, ich weiß nicht. Alter, nee, oder? Ernsthaft? Nein! Können Sie sich? ¶¶ Mmh. Hä? Einfach mal kurz konzentrieren. Kitu, dann geht es schon. Ja, sage ich ja. Ähm, na gut, dann nehme ich das. Ja, sage ich ja. Ja, sage ich ja. Ja, sage ich ja. Hä? Äh, so... Äh, mal kurz nachher, komm. So, mehr kann ich nicht malen. Doch, den schwarzen Punkt unten. Jetzt püße ich wieder. Ja, das mache ich. Ja. Hat der nicht die falsche Farbe? Das passt schon. Der... Was? Ja, jetzt was auch. Was zur Hölle? Der ist ein bisschen kaputt. Der qualmt. Versteht ihr das? Nein. Ach, komm jetzt. Ob da. Das, was ich da unten mache, gehört nicht dazu. Die Pfeil hier verraten eigentlich alles. Arm, Kinn. Ah, ah. Wie sagt es? Warum ist er ein CH? Wo ist ein CH? Oben. Wort und dritte Buchstabe. Ach so. Ja. Ja. Ja, es dreht sich irgendwas im Kreis. Aber was? Wie? Wie schwindelig. Ach Gott, ey. Ach so. Ich ziehe so blöd, als ich selber schuld. Spaß. Ich hatte noch Topf. Als Auswahl. Tropfen. Nee, Topf hatte ich noch. Topf. Topf. Ich bin noch nicht fertig. Ihr braucht noch nicht raten. Es sei denn, es ist schon so auffällig. Wieso? Ich rate immer gerne. Vielleicht Hund. Ja, aber ihr könnt doch noch nicht viel raten. So, jetzt können wir uns anfangen zu erkennen. Hä? Hä? Was ist denn das? Ja, ein Krieg. Die schießen aufeinander. Ne, anderes Wort für Krieg. Danke dafür. Ah. Oh, kieht euch wirklich noch. Ich hoffe es nicht. Ich werde letzter diesmal. Ah, ey. Das hoffe ich auch. Das ist kein Knast. Nö. Was ist das schon wieder für einen Baum? Ich habe mit H geschrieben aus Versehen. Du schreibst so einiges mit H. Ja. Tackern. Wow. Wie kann man denn das auch hier leichten Wörter nehmen? Ja. Weil man halt keine gescheiten Wörter zur Auswahl hat. Ja, okay. Ich hätte nur noch Liebe gehabt. Ich habe hier nur Scheiße. Oh. Wenn ich jetzt als erstes errate, bin ich erster. Ja. Hey, ich habe Rezeption ausgewählt. Warum habe ich denn jetzt hier ein anderes Wort? Wo ist mein Tafelwerk, wenn ich es brauche? Okay. Au. Okay. Ich sagte ein Tafelwerk. Das ist also kein Lebewesen. Ich weiß nicht schon, was ein Tafelwerk ist. Also von daher. Formelsammlung. Wie auch immer es bezeichnet wird. Bei uns heißt es Tafelwerk. Das ist schon richtig. Ich weiß nicht, ob das braun ist. Oder gelb vielleicht. Ne, Nikotin nicht ganz. Das sagt alles schon aus. Ich weiß aber, das Element Ni kenne ich nicht. Sorry. Das Element fängt mit Ni an. Achso. Ich bin erster. Ne, bin ich doch nicht, Schössi. Ich bin nur erster geworden. Trotz dieser... Also... Ich habe zwar nicht mit Waldo getauscht, aber ich bin nicht letzter geworden. Immerhin. Jetzt war ich nicht letzter geworden. Und Waldo ist weg. Der... Er ist nicht erster geworden. Oh, direkt... Direkt... Oh, der Armee kommt schon wieder mehr durch. Todlich. Wie ist jetzt? Was... Und wer hat...